Österreichs Spitzentisch-Dennisspieler Stefan Fegerl wechselt zur kommenden Saison von Bundesliga-Serienmeister Borussia Düsseldorf zum Rivalen-TTF-Liebherr-Ochsenhausen. Beim Champions-League-Halbfinalisten erhält der 29 Jahre alte Weltranglisten 40. Doppel-Europameister von 2015 nach Clubangaben einen Ein-Jahres-Vertrag. Ich will im Tischtennis noch etwas erreichen und bin sehr froh, dass ich bei einem weiteren deutschen Top-Club spielen kann. Ich glaube, dass wir das Zeug dazu haben, Titel zu holen. Das Top-Training in Ochsenhausen mit den international anerkannten Spitzentrainern wird mich weiter voranbringen, sagte Fegerl in einer Mitteilung der Ochsenhausener.